Und Sie haben es gehört, er ist im Großen und Ganzen damit einverstanden. Und er hat es ja auch gesagt, Martin Schulz, 61 Jahre alt, er war ja bis vor kurzem noch der Chef des Europaparlaments. Er wird jetzt beides übernehmen, etwas überraschend, Partei- und Spitzenkandidatur. Und wie das angekommen ist bei anderen Fraktionskollegen, das wollen wir Ihnen jetzt nochmal in einer kleinen Mats zeigen. Ich glaube, Lothar Binding fängt an und dann hören wir Axel Schäfer. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit, das so zu reflektieren. Das wird sicherlich jetzt noch in der Fraktion besprochen. Ich denke, wir freuen uns alle auf Martin Schulz und sind traurig, dass er Sigmar nicht macht. Was macht der Sigmar Gabriel jetzt? Ich glaube, das ist jetzt verfrüht darauf, schon eine Antwort zu geben. Ich glaube, er wird erst mal am kommenden Donnerstag eine Erklärung abgeben als Wirtschaftsminister. Dann können wir mal schauen, wie groß seine Leistungen in der vergangenen Legislatur waren. Und dann schauen wir mal in die Zukunft. Ich glaube, wir haben eine gute Zukunft für die SPD. Das heißt, Abschied aus dem Wirtschaftsministerium und als neues Amt des Auswärtigen? Ich glaube, das muss man heute nicht reflektieren. Das steht mir auch nicht zu, das jetzt so zu überlegen. Aber es wird eine Kabinettsumbildung geben? Das wird ja automatisch passieren, weil wir einen Bundespräsidenten haben, der jetzt Außenminister ist. Insofern wird das so kommen. Er hat in der Fraktion jetzt seine Position erklärt. Das war sehr offen und fair. Ich fand es sehr souverän. Und die Fraktion hat stehende Ovationen gegeben. Einfach, weil wir sagen, dass eine Wertschätzung und eine Verantwortung, die er für die Partei übernimmt, die ist einfach einmalig. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis für einen klugen Wahlkampf. Und von daher merkt man auch, wie tief die Freundschaft in unserer Führungsriege ist und dass es so gut funktioniert. Das versteht sich nicht von selbst. Herr Binding, wer ist denn mehr erleichtert? Sie sind mal Gabriel oder die SPD? Ich glaube, wenn alle erleichtert sind, ist es gut. Aber ich glaube, es ist einfach in dieser Zeit eine Überraschung gewesen. Das hat Sie überrascht. Das hat uns überrascht. Allerdings waren wir ja auch offen für verschiedene Entwicklungen. Es ist immer gut, wenn man mehrere gute Kandidaten hat. Aber es hat mir doch immer Monate erzählt. Warten Sie auf den 29? Gefühlen Sie sich jetzt nicht hinter die Fichte geführt? Nein. Also es ist klar, dass jemand nicht an einem Tag in ein Gremium geht und dann plötzlich seine Entscheidung verkündet. Also das ist sehr gut, wenn man die Partei breiter aufstellt. Und da wir ja sehr offen diskutieren, da wir ehrlich miteinander umgehen, war das ein sehr geschicktes Zeichen in diese Richtung. Von daher sind viele dem Sigmar dankbar, dass er den Zeitplan so gewählt hat, dass er das so gut vorbereitet, dass er das gut vorbesprochen hat. Also ich muss sagen, wir waren sehr überrascht, aber im Positiven. Aber der Zeitplan ist doch jetzt obsolet. Nein, er wird gestärkt dadurch. Er ist nur gut vorbereitet. Das ist klar. Vielleicht ist es von, sagen wir mal, eine Außensicht ist dann nochmal anders möglicherweise als eine Binnensicht. Jedenfalls wir haben es als sehr fair empfunden. Er hat es sehr seriös erklärt und er hat eine sehr große Verantwortung für die Partei übernommen. Und ich glaube, das wissen alle zu wertschätzen. Ja, er gibt es aber in gute Hände. Er ist nicht unvorbereitet, sondern er übernimmt Verantwortung. Und das in einer geplanten Weise. Und ich glaube, das ist sehr klug. Es sind Gremien einberufen worden. Für heute das Präsidium und anschließend Parteivorstand. Morgen Sondersitzung der Fraktionen. Jetzt hat es ein wichtiges Medium in Deutschland veröffentlicht. Und das ist überhaupt keine Verantwortung von dem, was Sigmar Gabriel gemacht hat und wie er es gemacht hat. Also ich gehe nach all dem, was ich bisher auch an persönlichen Erfahrungen mit Sigmar Gabriel gemacht habe, auch unter vier Augen, nicht davon aus, dass das von ihm eine Masche gewesen ist. Das war von ihm so nicht beabsichtigt. Sigmar Gabriel hat eine hervorragende Arbeit als Minister für Wirtschaft und Energie gemacht. Und das andere muss gemeinsam in der SPD-Führungsspitze diskutiert und dann auch vorgeschlagen werden. Da gehört es hin. Die SPD wird dafür kämpfen, möglichst gut bei der Bundestagswahl abzuschneiden. Und danach werden wir uns genau anschauen, wo es sachliche Übereinstimmung mit den Grünen gibt, auch mit der CDU, mit der Linken, wenn die FDP reinkommt, auch mit der FDP. Und dann werden wir entscheiden, wenn es Mehrheitsmöglichkeiten gibt. Meine persönliche Haltung kennen Sie alle. Ich bin ja einer der Organisatoren eines rot-rot-grünen Trialogs. Aber das ist letztendlich Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, ob das möglich ist. Ich versuche mit, das zu ermöglichen, aber das ist die Wahlentscheidung des 24. September. Vielen Dank.